Lin geht spazieren. Sie sieht einen Mann neben seinem Auto. Er ist verärgert. Hallo, kann ich helfen? Mein Auto ist kaputt. Bitte, haben Sie... Lin gibt dem Mann ihr Handy. Natürlich, aber... Entschuldigung, eine Minute, bitte. Der Mann spricht am Handy. Ist da die Bergstadt? Ich habe ein Problem mit meinem Auto. Ähm, Entschuldigung? Der Mann hört Lin nicht. Wo ich bin? Keine Ahnung. Äh, wo sind wir bitte? Sehen Sie die Straße da drüben? Ja, und? Da ist die Werkstatt. Was? Ich arbeite da am Wochenende. Ich bin Automechan. Also kann ich Ihnen helfen? Oder nicht? Keine Ahnung. Oder Auto spricht. Hä? Ich bin Automechan. Danke. Ich war schon. Äh. Dort ist die Straße. Ich bin Automechan. Äh. Dann ist die Straße. Ich bin Automechan.